Yo Leute, was läuft, was geht, GambleJuie ist zurück, eine neue Folge, wir sind im Amun-Ra-Casino, ich habe eine Balance von sage und schreibe 43.000 Euro, ihr habt es wahrscheinlich gesehen, ich werde damit noch ein bisschen gambeln, habe mir da meine Limits gesetzt, ihr könnt das hier auf dem Kanal verfolgen, falls ihr Bock drauf habt, falls nicht, nicht, wird spaßig, denke ich, hoffentlich, es war ja unfassbar, also fast gar nicht, kaum zu glauben, ich muss es auch erstmal realisieren, was das für ein Bild war, also wie gemalt, wer es nicht gesehen hat, guckt euch das letzte Video an, genau, und dann seht ihr, was ich meine, einfach geisteskrank, richtig heftig, dass sowas mal gekommen ist, ja, ich hatte ja schon so hohe Gewinne schon mal, aber in einem Bild, auf dem Einsatz, das war jetzt einfach zu insane, wir werden heute, genau, ich laber zu viel, wir werden heute einfach in Doghouse Megaways, mein Lieblingsspiel, reingehen, auf 20 Euro, werde ich es ein bisschen so probieren, ich weiß nicht, ob ich einen Bonus beiwagen werde noch, 2000 Euro ist ja schon eine Stange Geld, aber vielleicht mache ich das heute mal mit der Balance, jetzt erstmal locker rein, also was heißt locker auf dem Swanny, kann ja auch schon einiges kommen, wir starten mit 43.000 Euro, und let's go, was es so gibt, ob es was gibt hier, ob wir ihn hochspielen können, ach wie ärgerlich, das hätte schon richtig scheppern können, aber man auch traut, irgendwas Euro, wegen der Hütten, wenn der eine volle Reihe macht, dann scheppert es komplett, hatte ich ja auch schon mal im Five Greenhouse auf 6 Euro, damals auch irgendwie 10.000 Euro oder sowas, ist auch irgendwo auf meinem Kanal, also das kann schon ordentlich, was ist das, 152, okay, ja, ich rate hier eigentlich auf die Freispiele, aber Scatter hat er irgendwie gar nicht im Angebot, aber echt nice, echt nice, echt nice, so lässt sich's doch zocken, ja doch, ich werde gleich einen Bonusball machen, manchmal, ich probiere das auch so, weil manchmal kommt auch sowas, ne, also, gerade, wenn ich viel drauf hatte, hatte ich auf 20 Euro und sowas, auch öfter mal, äh, dass dann was kam, ich will nicht lang schnacken, wir gehen jetzt rein, 2.000 Euro Bonus bei heute, komm, mach da schon, komm, 3, 4, 4, 4, na, 4 wäre richtig insane, 2.000 Euro Leute, Bonus bei, ich nehm die Linken, ihr kennt mich, wir gehen rein. Nice, direkt eine Hütte, jetzt mal weiter, Hütten, 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 ja, nice, hier brauchen wir eine, kommen auch noch eine rein, 158 erst, komm, 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 ja, nice, 608 Euro, weiter, ja, jetzt kann er, jetzt kann er schon richtig, komm, hau einen raus, ja, 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 uh, 1476, nice, wir sind hoch, 2.866 Euro waren das, auf, ja, 44.000, dann können wir weiter kaufen, das ist richtig nice, let's go, nice, jetzt weiter so, oh, weiter, die Hütten von gerade jetzt, da rein, oh, nice, 600, ja, ich glaub's nicht, 1296, jetzt scheppert der Ries, ich komm, mach den blauen Hund vorne, blauen Hund, da zieh irgendwas durch, was fett ist, blauen Hund, blauen Hund, blauen Hund, ja, okay, na, schade, aber nochmal dreieinhalb, 1.5, Torfit, wir sind schon hoch auf 46, so lange das funktioniert, machen wir weiter, let's go, komm, 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 ja, ich dachte vielleicht 4 Hütten, oder mal 6, äh, Hütten, Scatter, so wie wir das damals mal hatten, das wär krank, nice, fängt gut an, alter, weiter, 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 okay, nice, jetzt noch eine Hütte, holen wir nochmal mal 3 rein, oder so, ja, okay, nice, 1568 nochmal, ich glaub's nicht, nice, alter Verwalter, boah, wenn wir's so schaffen, auf 50.000 zu kommen, der Geisteskrank, ne, ja, ich hab mir auch so ein Limit gesetzt in zwei Richtungen, vielleicht klappt das sogar, ah, ja, so was seht ihr nur hier, ne, auf dem Channel, wenn mir noch nicht folgt, gerne folgen, liken, kommentieren, ich freu mich über jeden einzelnen, und wir werden jetzt hier nochmal einen Bonus beimachen, come on, let's go, 2.00, ja, 4, come on, let's go, und jetzt viele Hütten einfach, nice, jeder Dreh einhütte, hau mal Hütten rein, hau Hütten rein, ja, das könnte es werden, jetzt komm, ja, okay, den Knochen, 332, noch ein paar Hütten brauchen wir, hm, wir brauchen Hütten, 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 oh man, komm schon, viel Geld ab, ach, die kommen doch eh nie sonst, ja, und jetzt noch hier eine Hütte, ja, 1.000 Euro bisher, schade, das ist ärgerlich, ey, ah, nice, ja, okay, 2.000 Euro, jetzt ein Hund vorne blauen, ja, ist auch okay, und, ah, ist voll, 1.120 nochmal, nice, Ei, 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 48, wenn ich's nicht auf Video hätte, wird's mir sowieso keiner glauben, ne, alter Verwalter, ja, komm noch einmal, ich nehm natürlich die Lenken wie immer, ok, ja, jetzt die Mitte voll machen, ja, 3.4, ja, 1.152, nice, weiter, 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 oh, hinten die Knochen, 1.104 nochmal, jetzt mal blauen Hund durchziehen, komm, mach einmal den blauen Hund jetzt, komm, na ok, der ist auch gut, 3.218, aber die ganze Zeit am Vorfinden, ne, krass, alter, wir sind nur auf 49 Leute, Komm, äh, Geil. Komm, let's go. Ja! Alter, ist das krank im Amun-Ra hier. Let's go, Hütten, 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 Hütten. Ja, okay, wild, besser als nichts. Noch mehr Hütten, 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 Hütten. Jetzt zieh mal einfach die Hütten durch. Ja, okay, nice. Jetzt hat er den blauen Hund, weil er ist noch nicht so teuer, 500 Euro. Hier Hütten überall, komm schon. Ey, da hast du so viele, ne? Let's go, mach... Der macht keine mehr, oder was? Okay, nice. Aber den mit Hütten halt, ne? Ah, okay. Kann noch. Jetzt einmal was Gutes landen, kommt schon. 588, nice. Ja, der hat die ganzen normalen Hütten. 2200 und jetzt einen blauen Hund. Na, okay, Kylo. 2200. Leider, nicht mehr viel gefehlt, ey. Ich dachte, jetzt knallt er mal nochmal so richtig, richtig raus. Aber ey, ich will mich gar nicht beklagen, Leute. Werde geisteskrank werden. Komm schon, mach mal ein Bild. Komm schon, mach mal ein Bild. Ach, ich... Wir kratzen an den 50k, ne? 3, okay. 3 sind scheinbar auch besser als 4. Männer, wenn er halt nie wird ihn gibt. Let's go, jetzt knall mal voll da. Ja! Mach weiter. Hier, hier, hier. Komm, komm, komm. Come on, come on. So ein geiler Start. Mach weiter. Mach weiter. Mach weiter, come on. Ja. Ja, das ist schon krass. Wenn der hier jetzt noch welche setzen würde. Insane. Boah, macht der nicht, ne? Er könnte halt... Okay, die 10er. Oder irgendwas durchlanden. Na, Knochen. Ah, schade. Aber eine Frage der Zeit. 700 Mise. Ja gut, war die ganze Zeit Profit. 46. Okay. Nice! Der wird's jetzt. Come on. Let's go. Noch mal eine Dreierhütte rein, vielleicht. Wie wär's? Okay, nice, nice, nice. Hinten. Ja, es ist 640. 1424. 3400. Wie hoch sind wir denn jetzt? Und wir bis zum Süß. Und wir bis zum Süß.